Mein Scheuer ist noch ab, denn mein Scherfstück ist dabei verrückt. Geblatter tut mir furchtbar, wenn ich morgenschwarte magisch riecht. Mein Hulda ist mit dem Knechter von Märzern und sie versoffen. Und morgen früh, dann kommt der Kriegsvollzieher. Sau dumm Koffe! Denn da schmall gerne nur aufgau, ob sie in Iwia oder so. Ein ganzes Jahr lang hast du auch gespart, du schreikst in Flieger und bist froh. Doch viele grad üben, sag ich eh wo mich, wenn sie den Arsch zum Flugzeug truffen. Jetzt hink ich am Fallschirm drinnen und klutscht blöd. Sau dumm Koffe! Sau dumm Koffe! Sau dumm Koffe! Leben schicksal, da kannst nix machen. Sau dumm Koffe! Kommt an Eubach drüber machen! Oh dumm Koffe! Sau dumm Koffe! Neunvoll Flurke! Und kein Lager! Dumm Koffe! Sau dumm Koffe! Schmarr! Karellerhand vertragen! Ne, das schmutz tief, können wir das ein wenig heuer sehen, gell? Dankeschön! 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 Kommt an Eubach! Kommt an Eubach! Kommt an Eubach! Dann Maple聊 Amanda H efficient! начина연� Wenn Herr Minster ist ein solcher Toddaph7 im Flurluft angefangen! UndRA, A Takti fang wie Parnow, undRA, deritel kreggT Sau dumm Koffe! 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 Ich schaue noch mal ein bisschen rein. Dankeschön!